Ich komme zu dir, Ellie! Ich hab so Angst! Oh oh, mein Bauch knurrt! Ich will es nicht am Hunger! Oh! Hier ist dein Essen! Nein! Sie mag es nicht! Oh, ich hab's! Okay, dann gibt es eben ein Brokkoli-Makeover! Los geht's! Smoothies klingt gut, oder? Mit einer kleinen Tarnung! Kleine Mädchen lieben diese Farbe! Und jetzt mixen! Jetzt weißt du, was ich meine! Die Farbe ist perfekt! Hier, rosa Brokkoli-Smoothies! Diese Tasse wird das Ganze abrunden! Oh, schöne Konsistenz! Smoothies? Sieht frisch und appetitlich aus! Probier diesen Smoothie! Sieht verdächtig aus! Ich verspreche! Was hast du hier reingetan, Danny? Okay, ich probiere mal! Hoffentlich schmeckt es dir! Ich liebe es so sehr! Wirklich? Oh! Oh!